Wenn du bei Parkour Fortschritte machen möchtest, gehört Krafttraining dazu. Am besten machst du es am Ende von jedem Training. Eine Kraftübung ist dann gut, wenn es für dich anstrengend ist, aber du musst nicht zu fest auf die Ausführung konzentrieren. Wichtig ist, dass du die Rumpfmuskulatur trainierst, die die Wirbelsäule schützt. Um motiviert zu bleiben, könnt ihr die Übung auch im Team machen und euch so gegenseitig pushen. Man kann abwechslungsweise eine Übung vorschlagen oder sich zusammen ein Ziel setzen. Allerdings geht es im Krafttraining nicht nur darum, deinen Körper zu trainieren. Ein Punkt ist, den Lärchen durchzubeissen. Ausdehnen hilft dir, nach dem Training zu entspannen. gucken, was! Als sustained an derпер ata,.